Welches war euer Lieblingsplatz? Genau hier. Ja tatsächlich, was war der Lieblingsplatz? Es gab, glaube ich, keinen so richtigen Lieblingsplatz, finde ich. Also die einzelnen Räume immer wieder. Also es gab ein paar Favoritenräume, wo man gerne mal gelernt hat. Ansonsten natürlich in den Pausen oder nach den Prüfungen, wenn man dann nicht mehr gelernt hat. Ja, oben auf den Bänken, da war es immer relativ schön. Gab es auch Partys hier oben an der Flandernstraße? Die Partys, die waren immer dann unten in der Stadtmitte oder in den Wohnheimen. Oder auch die Semesterclosing war, wenn dann nur mal kurz nach der letzten Prüfung im Parkhaus mit dem ersten Kasten Bier. Aber es wurde dann vorunter verlagert in die Stadtmitte, auf die Magie zum Beispiel. Übrigens, da vorne steht auch der Wagen. Euer Gründ-S-Wagen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal! land- Vielen Dank.